Ich habe schon mal gesagt, Herr Räber von mir erzählt, am meisten bleibt der gleiche Wissen als früher, mit dem Tag später, mit dem Tag wieder so weit, wo es seine Faszin sein kann. Ich habe gesagt, als ich weiß, wir haben dann gesagt, Herr Rav, Vater Hassene, die Produkte nach Ivan Ries ist ein Aristoteles. Und der Wies ist, dass ich mit ihm bin, wie Rater Vater Hassene, dass er nicht mehr was er etwas anderem gewollt war, dass er Ries nicht mehr als Miches behert hat, sondern er hat ihm genommen, aber er ist ein Pammer und er ist ein Pferd von eben. Und wir wollen sich alles mit dem Galle beherren, dass er ihm noch als der Scheich schieße, der andere hatte. In einem anderen Schritt, bei der Schöpfel-Lamadien, in der gesamte Entwohadung, der Rabbi sprangt an, dass jeder Spieler aus der Kirche er sollte mit dem Schmichel kommen. Und dann haben wir angefangen zu lernen. Und das war nicht normal, dass bei der Kirche der Kirche in 770, Ich habe alle versucht, es zu erzählen. Ich lerne die Sprache, die ich lerne die Sprache. Ich lerne die Sprache, die ich lerne die Sprache. Ich lerne die Sprache, aber nicht so viel Spaß. Wir haben alle mit einem Besar in den Schlepp und haben angefangen. Ich frage mich, was ich lerne? Ich lerne die Sprache oder lerne die Sprache in der Kirche, oder ich versuche die Sprache, oder schon wieder ein Zeitpunkt, ein Nisoyin oder ein Nisoyer zu Hause. Er ist ein Miparum, über alle Meketze, und er schreibt, »Mobstache«, »Jegang und Du bist und du bist. »Wenn du siehst, »Jegang und du bist, »Jegang und du bist, »Jegang und du bist.« Untertitelung des ZDF, 2020